Seit ihrer Grundsteinlegung im Jahr 2020 wird zügig am Ladeburger Dreieck in Bernau gebaut. Trotz Corona-Krise schreitet der Bau voran. Ziel ist es, noch in diesem Jahr die Basketballer des Lok Bernau in der neuen Halle auflaufen zu lassen. Das Innere der neuen Mehrzweckhalle kann man schon jetzt besichtigen. Was fehlt, ist nur noch die beeindruckende Fassade mit Videowand, die demnächst montiert werden soll. Hoffen wir, dass die Stadt Bernau mit dem Bau im Zeitplan bleibt und die neue Halle mit vielen Veranstaltungen recht bald genutzt werden kann. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020